Seit alle im Homeoffice sitzen, fliegen den IT-Administratoren die Daten nur so um die Ohren. Die IT-Infrastruktur platzt aus allen Nöten. Und die Admins ertrinken ihm lustige Memes und Katzenbilder. Brack.ch liefert Lösungen. Mit dem neuen HP IDL 385 mit AMD EPYC Prozessor schaffen sie Platz und werden Herr über ihre Daten. Damit haben wir nicht nur Sie, sondern auch Ihr Finanzchef ganz lange Freude an Ihrer Investition.